Und zwar finde ich, dass eigentlich die Umwelt oder wie die Politik noch nicht sehr jugendfreundlich gestaltet ist. Vielleicht auch nicht sehr allgemein freundlich gestaltet ist, im Sinne von, es ist alles viel zu kompliziert formuliert. Wer versteht das denn schon? Also ganz ehrlich, selbst ich, ich interessiere mich für Themen, aber die Verrechnungssteuer, ich habe es noch nicht ganz begriffen. Und solange wir die Politik auch nicht wie zugänglich machen und wie die Jugendlichen und allgemein mehr Menschen willkommen heissen in dieser Politik und in den Sinn einfach machen, mitzumachen, finde ich es wie zu viel verlangt, dass auch Jugendliche viel mehr mitmachen sollten. Klar, ich wünsche mir, dass auch Jugendliche von sich aus das Interesse wecken, aber wie geht das denn schon, wenn es einfach so kompliziert ist, so weit weg und von so vielen alten Menschen gemacht? Politpodium. Brisant, kontrovers, fair.